Guten Morgen! Robin, warum isst du? Ich hatte Hunger. Dann werf es jetzt bitte in den Mühl. So, ich schreib was an die Tafel und ihr schreibt es ab. So Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Das soll wohl alles hier ein Scherz sein. Das ist echt ein Armutszeugnis. Marius, wie viel sind 10 plus 6? 16. Richtig. Robin, wie viel sind 10 plus 8? 70. Das Lösungsbuch hat aber was anderes. Scheiße, mein Ding ist abgefallen. Sven, du wünschst mich auf eine Idee. Was? Ein Leber kann keinen Luftschacht. Konfetti. Ach, was erzähl ich denn euch wieder für eine Scheiße? So, jetzt wieder ernst. Schlagt bitte die Seite 149 auf. Ihr lest euch zu Hause das Beispiel durch und macht die Aufgabe 1, 2 und 3. Aber Aufgabe 3 nur die 3 ab. Und macht die Seite 8-2 und 5-3. Ich denke viele Tafel. Untertitelung des ZDF, 2020